So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich im violetten Becken landen. Dazu müssen wir zu Steamy Stacks, aber bevor wir jetzt loslegen mit der Runde, wer Bock hat mich ein bisschen so, so, bisschen, Sprachfehler sind da, ein bisschen zu supporten, kann gerne meinen Creator Code eingeben, yt-familyhack, so unterstützt du mich, ganze Familie, da und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Aufgabe, wir müssen nämlich zu Steamy Stacks, aber wir müssen hier in das Hauptgebäude, jeder kennt eigentlich das Becken, aber wir gehen trotzdem hin, ihr wisst ja, ich bin der Meinung, die Fortnite-Aufgaben sind ein Tick zu leicht geworden, hatte ich eben auch schon mit dem Schleuder-Affe, Grüße gehen raus, eben schon in einem anderen Video in den Kommentaren drüber geredet, also früher die Aufgaben waren in meinen Augen 10 Mal besser, zumindestens mal für YouTuber auf jeden Fall, weil man muss halt wirklich gucken, wo ist das Ganze, aber violettes Becken, sind wir mal ehrlich, ist jetzt nicht so direkt, dass man weiß, was es ist, aber violettes Becken haben wir eigentlich nur entweder in den Kraftwerken oder eben hier in dem Gebäude. So, wir gehen auch direkt hin, zack, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die richtige Tür nehme, dann suchen wir uns die nächsten Easy-XP, ich sage ja, Level 100, eigentlich kaum noch gespielt, jetzt bin ich doch schon wieder 110, so, was müssen wir machen, einmal rein, einmal rein und zack, mal gucken, ob wir wieder Besuch kriegen von irgendeinem, zack, level ab auch noch, der andere ist auch am Schwimmen, so, dann würde ich sagen, das war es eigentlich schon wieder, mal gucken, ob ich noch killen kann, da haben wir ja Dings bestimmt nicht, wie lange will der denn noch da drin schwimmen? Zack, Pistolen-Schaden haben wir eben auch schon gemacht, jetzt drehen wir den Kill noch hin, wie geht das denn? Ja, Pistole, Pistole ist einfach die beste Waffe in meinen Augen, ja, du holst hier natürlich den ganz Easy-Kill ab, so, wie gesagt, lasst gerne einen Like da, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß noch bei den Aufgaben und haut rein, wie immer auf den Bildschirm zu kommen, aber jetzt haut rein.